Ah, ich hab dich kreiert, damit du mir hilfst, Schlumpfhine. Du hast versagt, aber jetzt werde ich mich furchtbar rächen. Nein, Papa Schlumpf kann dich nicht mehr beschützen, weil ich ihm seine Macht genommen habe. Oh nein, nein! Doch, doch! Nein, nein, bitte nicht, Papa Schlumpf. Du darfst doch nicht einfach deine Macht verlieren. Das darf nicht passieren. Oh, was für ein Albtraum. Und der wirkte so echt. Ich werde lieber nachsehen, ob es Papa Schlumpf gut geht. Guten Morgen, Schlumpfine. Möchtest du einen frischen Schokoladenschlumpfkuchen probieren? Oh nein, danke, Torti. Hast du Papa Schlumpf irgendwo gesehen? Na ja, ich, äh... Torti-Schlumpf! Wann wirst du lernen, dass du isst, um zu leben und nicht lebst, um zu essen? Hä? Und was Papa Schlumpf angeht, Schlumpfine, er arbeitet in seinem Labor. Und ich muss sagen, Papa Schlumpf arbeitet viel, viel zu hart. Also nur arbeiten und kein Essen macht auf die Dauer Schlumpfsinnig. Ich würde sagen... Hm? Experiment Nummer 15. Sechs Tropfen Zitrone hinzufügen und nochmal durchrühren. Verschlumpf nochmal, das war ja schon wieder verkehrt. Oh nein, Papa Schlumpf! Bist du in Ordnung? Ja, ja, Schlumpfine, mir geht es gut. Aber diese Explosion... Mach dir keine Sorgen. So, nun geh, ich habe zu arbeiten. Na gut, Papa Schlumpf. Was für eine Entdeckung, Asriel. Mit diesem Zauberspruch kann ich Metall in Gold verwandeln. Hast du gehört, Asriel? Metall in Gold! Ich werde reich sein, reich, reich, reich! Mal sehen, was ich brauche. Also erstmal ein Gramm Schlangengift. Ja, ja, ja! In der ersten Stunde des Sonnenaufgangs füge mein halbes Pfund aufgelöster Schlümpfe hinzu. Schlümpfe? Ja, aber ich habe doch keine Schlümpfe. Ein halbes Pfund aufgelöster Schlümpfe. Mal sehen, das sind dann ein... Also ich bräuchte ungefähr zehn Schlümpfe. Ich muss sie kriegen. Ich werde sie kriegen! Von innen nach außen, verlasst euren Rand. Ihr Ries, Tomaten, bedeckt nur das Land. Hey! Kann ich denn hier nirgendwo Ruhe finden, um mal ein bisschen zu entspannen? Ich verstehe das nicht, Farmy. Da stimmt irgendetwas nicht mit meiner Schnellwachstumsformel. Ich glaube, Papa Schlumpf wird tatsächlich seine Macht verlieren. Was meinst du, Papa Schlumpf wird seine Macht verlieren? Immer diese Aufregung. Ich bin schon ganz fertig. Oh, heiliger Schlumpf. Was ist denn jetzt noch? Das war der erste Streich. Jetzt fehlen nur noch neu. Papa Schlumpf, Hilfe! Und als dann Farmy's Melonen explodierten, dachte ich wirklich, mein furchtbarer Albtraum wird warm. Vielleicht verliert Papa Schlumpf langsam sein Gefühl. Er wisst schon, er wird alt. Alt? Er hatte gerade seinen 542. Geburtstag. 542? Das ist doch nicht alt. Ich hasse 542. Daraus werde ich einen Kuchen machen. Sehr lecker. Das muss ein Traum sein. Hey, was klumpft ihr vor? Der Kuchen ist aus Leim. Haha, aber nur von außen, kleiner Torti-Schlumpf. Gargamel. Hahaha, Nummer 2. Jetzt fehlen nur noch 8. Eine Überraschung. Die ist doch viel schlumpfiger als meine. Experiment Nummer 23. Ich habe die richtigen Zutaten immer noch nicht gefunden. Hey, ich kann nichts sehen. Da hoffen wir, dass es funktioniert. Er schlumpft und zugenäht. Ich werde den Schlümpfen sagen müssen, dass ich weggehe. Wie ihr wisst, verliefen meine Experimente in letzter Zeit nicht besonders erfolgreich. Und deshalb muss ich in die Nebelberge gehen, um ein paar ganz spezielle Wurzeln zu holen. Oh, Papa Schlumpf, bitte geh nicht weg. Keine Angst, Schlumpfine. Bevor es dunkel wird, bin ich wieder zurück. Nein, Papa Schlumpf, du darfst nicht weggehen. Schlumpfine, ist irgendwas mit dir? Oh nein, Papa Schlumpf, ich habe mir nur gerade so gedacht. Du brauchst vielleicht etwas Ruhe. Ruhe? Blödsinn. Seid brave Schlümpfe und wartet hier. An die Arbeit. Was hast du denn mit uns vor? Ich prüfe euer Gewicht, um zu sehen, was ihr in Gold wert seid. Was, mickrige 90 Gramm? Ich brauche ein halbes Pfund. Meine Fallen sind brillant. Aber es geht so langsam. Ich brauche viel mehr Schlümpfe. Was soll ich also machen? Wir brauchen keine Angst zu haben. Papa Schlumpf wird euch befreien. Aber Schlumpfine hat gesagt, Papa Schlumpf würde, würde er seine Macht verlieren. Er verliert seine Macht, natürlich. Assail, nein! Danke, ihr ekelhaften Schlümpfe. Ihr habt mir zu der Idee verholfen, nach der ich gesucht habe. Botschaft nur für Schlümpfe. Also ein Schlumpf bin ich. Hey, seht mal, ich hab was gefunden. Eine Botschaft, hört zu. Ich häng die Notiz an die rote Eiche. Hört das Ultimatum, von dem ich nicht weiche. Es müssen pro Stunde vier Schlümpfe zu mir kommen, sonst wird Papa Schlumpf seine Macht genommen. Da seht ihr das Beweis, dass Papa Schlumpf verliert tatsächlich seine Macht. Ihr habt ja gesehen, wie mein Milönenbeet explodiert sich. Ja, und wie wir vom fliegenden Gemüse angegriffen wurden. Was sollen wir jetzt nur machen? Ja, Papa Schlumpf, Papa Schlumpf! Ruhe! Ich hasse Ruhe. Wir können jetzt nur eins tun. Wir müssen sofort zur roten Eiche gehen. Das ist das Mindeste, was wir tun. Ja, sieh, 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 sieh. Komm, tschuhe, los! Ich seh nichts. Pssst, kommt schon. Wenn wir uns hier verstecken, werden wir nichts herausfinden. Hier gefällt es mir aber gar nicht, Papa Schlumpf, sag doch immer da. Oh, Posse! Haha, Eichein. Was haben wir denn hier? Das müsste mindestens ein halbes Pfund in dieser widerlichen, abscheulichen Schlümpfe sein. Hahaha! Gehen wir, Asrael, ich muss Gold machen. Und falls noch ein Schlumpf übrig ist, Asrael, bekommst du ihn vielleicht zu fressen. Wir müssen unbedingt Papa Schlumpf finden. Ja, er wird sagen, was wir tun sollen. Äh, das hoffe ich. Oh, perfekt, perfekt. Und morgen früh beim ersten Morgengrauen werde ich sie in Gold verwandeln. Dann bin ich reich, reich, reich. Diesem Gargabee würde ich gerne ein halbes Pfund verpassen. Aber auf die Nase... Ich hoffe nur, dass Papa Schlumpf rechtzeitig kommt. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Besser, wir versuchen aus eigener Kraft abzuhauen. Ja, aber wie? Oh, Clumsy, ich glaube, wir haben uns verlaufen. Nein, wir haben uns nicht verlaufen, Schlumpfwiener. Wir wissen nur nicht, wo wir sind. Oh, da kommt jemand. Oh, ich hab solche Angst. Du brauchst keine Angst haben, Schlumpfwiener. Ich beschütze dich. Papa Schlumpf, wir hatten solche Angst. Schlumpf, sei Dank. Schlumpfwiener, Clumsy, was ist los? Es ist wegen Gargabee. Er hat ein riesiges Netz voller Schlümpfe gefangen. Oh ja, ich hab gehört, wie er gesagt hat, er verwandelt sie in Gold. Gold? Ich hab einen Plan, aber die Zeit wird knapp schnell. Wir müssen in mein Labor. Was machst du da, Papa Schlumpf? Ich mache nur ein bisschen Gold für Gargabee. Tu einfach, was ich dir gesagt habe, dann wird alles gut. Na gut, Papa Schlumpf, wenn du es sagst. Du bist eine sehr tapfere kleine Schlumpfwiene. Es ist gefährlich, Clumsy, aber ich weiß, du schaffst es. Mach dir bloß keine Sorgen, meinetwegen. Gleich kochen Sie, bald ist es soweit. Ich frage nicht nur, wer sich als erster auflösen wird. Tja, wer wohl, du vielleicht? Na warte du. Was ist denn das? Das ist Gold. Noch mehr Gold. Ach, Schlümpfe, wo seid ihr? Ja, wir hier. Ja, wir hier. Ja, wir hier. Fang mich, Azrael, wenn du kannst. Nichts wie Rausschlümpfe. Gold, ein ganzer Berg von Gold. Ah, Azrael, fang sie, mach schon, fang sie ein. Jetzt, Schlumpfine. Eines Tages, ihr widerlichen blauen Kreaturen, werdet ihr bezahlen, hört ihr? Bezahlen, bezahlen, bezahlen. Oh, Gargamel, du sagst immer so nette Sachen. Jawohl, ein voller Erfolg. Manchmal bedarf es einer Menge Arbeit und vieler Fehlpflege, bevor ein Experiment endlich klappt. Ein Hoch auf Papa Schlumpf. Hoch auf Papa Schlumpf. Oh Papa Schlumpf, wie konnte ich nur jemals an dir zweifeln? Ach, allerdings, man darf niemals alles glauben. Papier ist geduldig, sage ich immer. Deshalb habe ich nicht eine Minute lang geglaubt, dass Papa Schlumpf jemals seine... ...seine Macht verlieren könnte. Also, wenn ich hier wieder rauskomme, werde ich zumindest reich sein, Azrael. Reich, reich, reich. Was ist das? Papa Schlumpf, er hat mich tatsächlich reingelegt. Oh, dafür wird er bezahlen, Azrael. Dafür werden alle bezahlen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein Vielen Dank.